Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum ethischen Hacken. Heute geht es mal wieder um ein bisschen mehr Anonymität und zwar mit Proxy Chains. Proxy Chains sind tatsächlich nur bei Kali Linux vorinstalliert glaube ich und bei ein paar wenigen anderen Distros, auf jeden Fall bei Mint zum Beispiel nicht. Deswegen habe ich das jetzt mal hier in die Playlist fürs Hacken getan. Ansonsten reicht euch auch ein Proxy locker aus und den könnt ihr dann wiederum in eurem Linux sonst aufsetzen. Aber in Kali gibt es eine geile Applikation die nennt sich Proxy Chains. Die ist schon quasi vorinstalliert für euch und was sie tut ist folgendes. Ihr könnt einfach Proxy Chains eingeben und hinten dran euer Programm das ihr ausführen wollt. Zum Beispiel Nmap und dann was auch immer. Oder ping www.google.com So und was jetzt passiert ist ihr werdet durch eine Reihe an Proxys geschleust sozusagen. Das möchte ich euch gerade mal tatsächlich hier so erklären, weil ich glaube das muss man tatsächlich verstanden haben, damit man weiß wie gut eigentlich Proxy Chains für euch sind. Okay, das seid ihr und rot ist der Zielserver. Das heißt dahin wo ihr die Anfrage zum Beispiel Ping oder Nmap oder sonst irgendwas schickt. Gut und jetzt habt ihr normalerweise so eine Verbindung hier. Ihr geht direkt zum Zielserver. Okay, ich kann dieses rote Zeug hier leider nicht weg machen. Das hat irgendwie echte Probleme hier. Nur manchmal geht es ein bisschen weg. Naja egal. Okay, jetzt nehmen wir folgendes. Wir nehmen eine Proxy Chain sagen wir mal mit vier Proxys drin. Ihr könnt einstellen so viele ihr wollt. Okay, wir haben hier also 1, 2, 3, wir haben nur drei Proxys drin. Okay, wir haben jetzt drei Proxys in unsere Proxyliste eingeladen oder reingeschrieben. Und was jetzt passiert ist folgendes. Unsere Anfrage geht an den ersten Proxy. Normalerweise sogar verschlüsselt. Dann geht die Anfrage weiter an den nächsten Proxy. Dann geht sie wieder an den nächsten Proxy. Und dann geht sie zu unserem Zielserver. Und was ihr sozusagen erreicht ist, wenn jetzt rot eure Sachen bemerkt, die ihr da gemacht habt. Zum Beispiel ihr wollt irgendwie ein Passwort cracken oder sowas. Das ist dann eher ungünstig. Weil rot mag nicht, wenn Passwörter gecrackt werden bei ihm auf dem Server. Naja, was rot dann also macht ist, hey, von wo kommt das? Wir sperren die IP. Oder, hey, woher kommt das? Wir wollen den verknacken. Okay, was rot dann also macht ist folgendes. Er geht zurück und guckt erstmal, okay, die Anfrage kam von der IP, von dem grünen Bubble hier. Gut, das heißt, der guckt nach, okay, das hier, wer war das? Naja, gut, ein Proxy können sie zwar sperren, machen sie auch manchmal, aber so generell gibt es durchaus immer wieder neue Proxys und Tor-Netzwerk ist sowieso legal. Das heißt, die kann man eigentlich nicht sperren. Was man dann also macht ist, man fragt bei diesem Halter von dem Proxy an, der zum Beispiel jetzt in China hockt. Du, was war das für ein komischer Typ, der um 9 Uhr am, was weiß ich, 20. August 2016 irgendeine Anfrage geschickt hat. Und der wird dann zwei Sachen sagen. Entweder er sagt, du, ich logge nicht, das heißt, ich habe keine Ahnung, woher meine Anfragen kommen. Oder aber er sagt, interessiert mich nicht, ich bin aus China und du kannst mir nichts, weil USA-Server und so, ihr könnt mich mal. Oder er sagt, ja gut, die Anfrage kam von dem und dem. Okay, naja gut, die Anfrage kam von dem und dem, wäre dann die IP von diesem Proxy-Server hier. Das heißt, Rot muss danach zu diesem Proxy-Server gehen und muss dort nachfragen. Und der sitzt jetzt zum Beispiel in Russland und wir wissen, USA und Russland haben nicht so das geilste Verhältnis. Das heißt, der wird höchstwahrscheinlich sagen, du kannst mich mal. Aber vielleicht wird auch der sagen, okay, meine Anfrage kam von dem hier und so weiter und so fort. Und erst nach diesen Haufen weißen Anfragen und das kostet wirklich Zeit und Geld, bis diese Anfragen da durch sind, weil das muss ja manuell in den Logs nachgeguckt werden und alles drumherum, das ist extrem aufwendig. Deswegen machen die das eigentlich nur sehr ungern und sehr selten. Das heißt, wenn ihr da wirklich zurückverfolgt werdet, dann ist es sehr, sehr unwahrscheinlich. Zumal viele Proxys überhaupt nicht loggen, vor allem die, die man kaufen kann. Deswegen würde ich euch tatsächlich empfehlen, wenn ihr wirklich ein Proxy oder viele Proxys braucht, dann kauft euch die. Die sind am zuverlässigsten. Okay, jetzt zurück zur Praxis. Was wir also machen wollen, ist diese Proxy-Chains konfigurieren, damit wir mehr Proxys erreichen können. Standardmäßig wird eure Anfrage über das Tor-Netzwerk geleitet. Wenn ihr nicht wisst, was das Tor-Netzwerk ist, schaut euch mein Video dazu an. Okay, findet ihr nicht in der Hacken-Playliste, sondern in der Playliste zur Anonymität im Internet, wo eigentlich dieses Video auch fast reingehört, aber nicht so richtig. Okay, was wir jetzt also machen wollen, ist, wir wollen Proxy-Chains konfigurieren. Dazu müssen wir die Config ändern und die findet ihr unter etc-proxy-chains.conf. Die einfach mal öffnen mit gedit oder sonst irgendwas und somit bekommt ihr hier diese wunderbare Datei. Okay, hier habt ihr jetzt, was alles unterstützt wird, nämlich HTTP-Proxys, SOX4-Proxys und SOX5-Proxys. Und hier habt ihr noch Dynamic-Chain, Strict-Chain und Random-Chain, die erkläre ich euch gleich noch. Hier unten könnt ihr dann einfach einstellen, was für Proxys ihr gerne haben wollt. Wie gesagt, Default ist Tor, das heißt, wenn ihr nichts eingebt, wird eure Anfrage über das Tor-Netz geleitet, wobei wir ja mittlerweile wissen, dass das Tor-Netz irgendwie häufig von unseren lieben Kollegen oder Nicht-Kollegen oder Freunden oder Feinden, wie auch immer, vom FBI geleitet wird. Gut, wollen wir also einen anderen Proxy eingeben, dann gehen wir hier einfach mal ins Internet und gucken nach auf proxylist.hidemyass.com. Hidemyass ist so ziemlich, ich glaube, die größte Sammlung an Proxys, also die Proxyliste, da ist wirklich richtig viel drauf. Einfach mal nach unten scrollen, hier habt ihr ein paar kostenlose, ihr könnt euch natürlich auch welche kaufen, gibt es dann eben hier über Premium und Pricing und so weiter, könnt ihr aber mal nachgucken. Das soll jetzt keine Empfehlung oder sowas sein, sondern hier habt ihr einfach nur eine Liste, die sehr, sehr regelmäßig aktualisiert wird. Ihr seht es, 24 Sekunden und dann habt ihr hier einen Proxy aus China, der ist sehr, sehr langsam, das ist Standard bei vielen öffentlichen Proxys und manche werden auch down sein, das heißt, die werden einfach nicht verfügbar sein. Hier habt ihr dann auch Connection Time, das heißt, der ist wahrscheinlich down, aber der hier, der von Kanada, der sieht sehr gut aus, das heißt, wir nehmen uns jetzt einfach mal diese IP hier und kopieren das Ganze, merken uns noch Port 1080 und dass es SOX4 oder SOX5 ist. Das heißt, was wir jetzt machen, ist folgendes, wir gehen hierher und sagen SOX4 oder 5, je nachdem, kopieren uns die IP-Adresse und haben uns den Port gemerkt, das war 1080, wenn ich mich recht erinnere. Und wenn ich das jetzt hier speichere, dann wird meine Proxy Chains so konfiguriert, dass eben standardmäßig das hier benutzt wird. Das heißt, es wird zusätzlich noch dieser Proxy benutzt. Ihr könnt einfach haufenweise Proxys unten drunter hängen, einfach eine neue Zeile und dann noch einen drunter hängen und so weiter und so fort. Also speichern und fertig. Gut. Was jetzt passiert, ist noch folgendes, ich möchte euch noch kurz Dynamic Chain und Random Chain vorstellen. Strict Chain ist nicht so geil. Dynamic Chain ist relativ nützlich, weil ihr sagt, dass hier nicht unbedingt jeder Proxy benutzt werden soll. Das heißt, es können vielleicht, wenn ihr hier unten eine Milliarde Proxys eingetragen habt, dann werden halt die Toten, also die, die gerade nicht online sind, die werden einfach übersprungen. Und dann sagen wir hier, okay, das ist in Ordnung. Also hier einfach Dynamic Chain, das ist ein Kommentar hier vorne mit diesem Hashtag. Wenn ihr den rausmacht, ist es kein Kommentar mehr, dann ist das Ganze aktiv. Okay, so haben wir jetzt also eine Dynamic Chain. Das heißt, die Toten Proxys werden übersprungen und die Reihenfolge der Proxys ist nicht immer dieselbe. Das heißt, eure Reihenfolge hier ist nicht immer erst der Grüne, dann der Grüne, dann der Grüne, sondern vielleicht der letzte Grüne zuerst, dann der und dann der und dann geht die Anfrage direkt an den hier und der sagt, ja gut, war der hier, war der hier und dann denkt er sich, oh, nicht schon wieder, der habe ich doch schon hundertmal angefragt, da komme ich wieder nur hier raus. So, und zu guter Letzt wollte ich euch noch Random Chain vorstellen. Da müsst ihr dann hier wiederum das Teppichzeichen, wie man es so schön nennen kann, rausmachen. Also jeweils die anderen dann halt kommentieren. Das heißt hier Dynamic Chain kommentieren und Strict Chain kommentieren. Standardweise ist, glaube ich, Strict Chain gerade aktiv gewesen. Aber Dynamic Chain finde ich irgendwie am besten. Random ist einfach, jeder wird hier zufällig genommen. Also das heißt, wir kriegen hier einfach, die Reihenfolge ist komplett zufällig und ihr könnt hier unten dann einstellen, wie lang eure Kette, also eure Proxykette mindestens sein muss. Das heißt, wenn ihr weniger habt als zwei aktive Proxys, dann habt ihr ein Problem. Aber ansonsten werden einfach zwei aus eurer Liste ausgewählt und ihr kommt zufällig einfach auf diese zwei, durch diese zwei Proxys auf den Server. Hier einfach mal auskommentieren, dann habt ihr auch die Chain Length aktiv. Okay, das war es von meiner Seite auch schon wieder. Damit könnt ihr die Proxy Chain benutzen. Wie gesagt, der Standard ist das Tor-Netzwerk, ist immer noch eine sehr, sehr gute Alternative, zumindest zu einigen anderen Sachen. Und ja, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!